Jo Leute und damit willkommen zurück zu Miss Survival, ja, nachdem wir beim letzten Mal ja diesen komischen Boss besiegt haben, beziehungsweise Fass besiegt haben, der dann irgendwie abgehauen ist, mit der Zwischensequenz, wo wir aber neu laden mussten, hab ich jetzt ein bisschen aufgeräumt, ich hab nicht komplett leergeräumt, den Wagen, ich hab ein paar Sachen rausgeräumt, dann irgendwo hier irgendwo reingeschmissen, sortieren hatte ich doch keine Lust, wie hätt's gedacht. Aber ja, gut, dann würde ich sagen, dann nehmen wir aber das mit, nehmen wir eine Flasche mit, dann siehst du nur noch was, ich würd sagen, ich kann einfach schlafen, ist egal, ich hab ja genug Sachen, ja, den wollte ich auch noch fertig machen, ne? 10, 20, 6. 10, 20 und 6. So. Die hab ich hier hingepackt. 12, 10. Und 6 Zahnräder. Irgendwo hatten wir hier noch Zahnräder, ne? Was wir nie machen könnten. Das ist Kopper. Das ist Iron. Hier hatten wir nur einen. Ich glaube, die anderen hatte ich drüben drin, ne? Das ergibt zwei. Warte mal, für den Hammer, ne? Zehn davon, viel davon. Dann brauchen wir eine Male. Sechs. Okay, also sind das wirklich... Acht. Die bringen nix. Doch, echt wenig, ne? Elf. Ergibt zwei. Vier. Das ist genauso. Mache ich das aber so. Ähm... Die hätten wir noch hier drin, ne? Drei Stück. Okay. Den Hammer brauchte ich. Und zwar... Habe ich... Hier. Da. Den nehmen wir mit. Dann... Mal so. Okay, davon noch zwei. Und ja. Die anderen Sachen. 28. Hätte ich auch gleich mitnehmen können, ne? Hm. Acht. Und 20. So, der Hund kann jetzt mal da bleiben. Mache ich das hier noch. Zack. Ich bin nur noch zwei Zahnräder. Dann gehen wir mal in der Runde schlafen. Vorher essen wir aber noch mal was. Du 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 du. Noch was trinken. Und ja. Wollen wir schlafen gehen? Machen wir mal 10 Stunden. Noch eine Stunde. Okay. Das passt. Noch was trinken. Dann müssen wir gleich noch was essen. Das andere ist noch fertig geschmossen. So. Okay. Fertig. 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 Zwei Stück braucht man noch. Vier Stück, das ist schon ganz schön teuer, ne? So. Dann haben wir das. Wollen wir trotzdem noch die Tür zu. Fertig. Wo hatten wir das Fuel eigentlich? Fertig. Hier. 1,5 Meter. Ich hole gleich nochmal Holz. Oh, das muss man gucken. Ob der was bringt oder das auch. das andere draußen eigentlich, ne? Ich weiß das nämlich nicht. Ich weiß das nämlich nicht. Dann. Das hier weiter. was irgendwie auch nie abgelaufen ist. Warum auch. Hallo. Äh. Was jetzt? Das wollte ich nicht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Äh. Okay, da können wir ihn noch füttern. Davon haben wir nichts mehr. Vielleicht haben wir nichts. So. Die hier rausgenommen. Die hier drin. Ich weiß halt auch nicht wo. Na ja. Dann packe ich hier erstmal rein. Die Munition für die hatte ich doch... ...voller runtergeworfen. Hier. Oh, lässt sich das nicht stacken? Na ja. Gut. Dann einmal speichern. Zack. Tür zu. Müsst du noch was essen. Hier drinnen haben wir wahrscheinlich auch noch was. Mitläuft. Ach, hier haben wir noch mehr Fett. Da war ja was. Das ist aber doch nicht so abgelaufen, ne? Hm? Äh. Was ist denn drüben? Ich bin glaub ich da nicht dran. Was seid ihr hier denn? Ups. Warum auch immer das eben so passiert ist, aber ja. Ja, ja. Okay. Okay. Dann. Beste Weg ist glaub ich hier lang. So. Gut. Ja. Das ist der andere gewesen, ne? Das passiert ja nix, wenn wir im Auto sitzen. Komischerweise. Das ist der andere. Das ist der andere, was er nicht so passiert. Was ist das? Ja, das ist der andere, was wir. Das ist der andere, was wir. Das ist der andere. Okay. Okay, das war weg. Den haben wir voll gerne weggeheakt. Junge, der war zu hoch. Oh. BAM! 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 Mh-mh. Malek. Tio. Tio, jo, jo. Jo, jo, jo. Habe ich den voll weggesprengt oben? Da ist nix drin. Munition. Ne, sind die Gewürfel. Okay. Haben dafür aber nix dabei, ne? Ja. Triff ich das sowieso nicht. Okay. Okay. Ich seh das von hier aus nicht. Es geht halt hinten lang. Eine Munition nur noch. Eine nur noch. Nicht getroffen. Naja. Nix drin. Nix drin. Hm. Weg. Es sollten jetzt alle weg sein eigentlich, ne? So. Was haben wir hier noch? Linie. Was hast du so schönes? Was? Gar nix. Was fest. Toll. Ist ja wirklich sehr viel. Okay. Hier waren noch Pfeile. Okay. Ich geh mal kurz das Auto holen. Ich bin so blöd zum denken, aber ey. Junge. Ich bin so blöd zum Beispiel. Hm. Munition. Was ist du? Bissen, Munition. Ein Helm. Kann aber halten. Oh ja, nicht mehr. Okay. Kann ich da irgendwas von ranmachen? Das ist, glaube ich, doof, ne? Ups. Okay. Ja, wir sagen das nicht dafür. Guck mal, wer da noch jemand ist. Hier ist ein Keller. Okay. Keine PCs, scheinbar. Würde mich nicht wundern, wenn die hier nebenbei von sind. Dann. Oh. Wart. Ja, auch wenn ich. Was haben wir denn noch? Noch so ne Weste, die wir schon mal gefunden haben. Ich könnte hier alles mitnehmen, aber irgendwie... Hm. Hat keine Lust zu. Lass mal gucken, was es hier alles gibt. Oh. Na Sledgehammer. Kann alles auseinandernehmen. Was haben wir hier? Oh, so ein Colt-Ritualraum. Oh. Shinkan. War open. Nehmen wir mit. Kettensäge haben wir eigentlich. Kettensäge kann ich hier lassen. Hier haben wir wieder mal einen Flammenwäffer. Munition. 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 Okay. Okay, da geht's auch nicht weiter. Was haben wir hier? Munition. Essen. Oh, noch so ein Bogen. Haben wir ja eigentlich schon, ne? Noch eine Fishing-Nacht. Die müssen auch einiges, ne? Wir sind zu schwer. Aber hier ist nichts Großartiges sonst, ne? Halt nur, dass hier mehr Munition rumliegt. Den hab ich auch erledigt da oben. Ja. Jo, jo. Das war's das eigentlich, ne? Wenn wir so weit alles haben. Hm. Das wollen wir denn einen Granat werfen. Klar, warum auch nicht? Erstmal so weit ausgeschaltet. So. Zack, zack. Können wir auch erstmal reinpacken. Der Sledgehammer. Äh. Das kommt da noch rein. Okay. Den hatte ich auch erledigt, aber gar nicht mitbekommen, dass da noch liegt. Was wir trinken. Und das. Sind auch leer, ne? Können wir es so machen. Ist das immer bei denen? Scheint nicht der Fall zu sein. Hm. Naja. Den mach ich mir mal wieder auf den Weg zurück. Wir könnten alles plündern, aber irgendwie war ich gerade auch nicht so die Lust drauf. und wie haben wir jetzt so weit alles, ne? ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass ich dann auch erstmal Fire mache, ja. Auch erstmal mit dem Let's Play. Und wenn mal wieder ein ordentliches, größeres Update ist, kann man ja nochmal reingucken. Und ja. Hier wird noch was anderes noch nebenbei laufen. Ich will was gucken. Und es gibt ja noch genug, was man auch so spielen kann, deswegen passt das momentan. Wir haben eigentlich alles gemacht bis jetzt. Und ich weiß, dass man die kap... Die gehen nicht kaputt. Ups. Oder gehen die gar nicht mehr kaputt? Das ist halt so die Frage jetzt. Weil letztes Mal ging das andere ja auch nicht kaputt. Das Auto, was eigentlich vorher kaputt ging. Hm. Scheinbar nicht. Merkwürdig. Ich habe das rausgenommen. Scheint so, ne? Mir fällt ein, hier war doch irgendwann noch einen Motor, den man auseinandernehmen konnte. Was war das Ding hier? Zahnrad. Hören wir das noch mit? Haben wir hier nicht nur irgendwo einen gehabt? ein Schiff? Hm. Ach ja, und die Zombies sollen irgendwie nicht mehr buggen an der Treppe, ne? Das war halt auch, dass das gefixt wurde. Hallo. Tschüss. Oh. War ich nicht. Keiner behalten. Das hat keiner behalten. Ja, gut. Wie gesagt, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt momentan sind. Kleinen Moment. Hm. Das sind 41 Folgen. Wir sind bei 41 Folgen. Also, dass es vorher 41 ist. Gut. Ja. Dann, 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 dann. 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 Eigentlich können wir nochmal aus der Welt fallen oder so. Müss ich mal speichern. Wie war das bei dem? Können wir mit dem fahren? Ein Reifant gefällt. Weil dann fahren wir mit dem da hin. So. So, so, so. zack. Dann damit. Fertig. Ich trinke nochmal was. Müssen da nochmal Sprit rein. nochmal füllen, ne? Jetzt noch mal nix. Können nochmal Sachen abladen. Überall irgendwo rein. Der Hund bleibt hier. Kann er ruhig machen. Ähm. Zack, zack. Ich pack da jetzt einfach irgendwo alles rein. Ist egal. Dann. noch irgendwo noch Food hier, ne? Trinken. Essen. Okay. Natürlich Nebel. Na klar. Warum auch nicht. Was spät ist denn das? Immer ne Stunde schlafen. Sollte eigentlich reichen. Ne. Doch. Der Zaun ist halt immer noch da. Okay. Speichern. Aber Sprit braucht mir. Äh. Warten. Verraten wir das. Nimm mir das Ding. Ja, der Zaun ist einfach immer noch da. Jetzt ist der Zaun weg. Mal haben wir den Zaun reingeglitscht. Hm. So. Carry. Wir rein damit. Ich mach mal alles rein. Oh nein. Machen wir das Kostet auf den Weg. Wie viel die das eigentlich drin? Hm. Komm, reicht. Es nefft immer noch. Naja. Speichern. Ups. Gott, ist das Ding laut. Äh. Ah ja. Ist voll komisch, woanders. Junge. War ich nicht. Könnte der denn nicht irgendwie anders sein, ey? Dass man anders gucken kann, weil das irgendwie voll komisch ist. Wir können ja fliegen noch, ne? Das Ding ist voll langsam. Das Auto ist schneller. Das Auto ist schneller. Da vorne ist die Rampe. Neon. Das Ding geht eh nicht kaputt. Das Ding hat nicht mal ne Batterie, nicht mal ne Engine. Also. Passt doch. Das Ding ist wirklich voll laut. Gut, dass ich das bei euch leiser mach, also. Oh, ich juck das ja eh nicht. So. Ups. Das Sprit verbraucht er wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken, wann das alles reinkommt. Da muss man halt richtig aufpassen. Aber das war ein guter Flug, eben. Dü-di-di-di-di-di-di-di-di. Hm. Mal kurz das gucken. Mal kurz speichern. Nochmal rauf da. Ob das geht, während der Fahrt abzuspringen? Nö. So. Wir gehen nicht durch den Tunnel. Wir gehen mal oben lang. Mal gucken mal. Ja. Warum auch nicht? Die Wurst legen vor den Baum. So. So, so, so. Es gab irgendwie eine ältere Map. Habe ich gelesen. Da war die ältere, also noch ein Update, ein anderes Update, wo die ältere Map noch dabei war. Die hinter im gesperrten Gebiet war. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber ja. Da wird ja eh drangewirkelt. Gucken, wann das kommt. Yay. Das sieht aber auch aus. Das wäre doch ein Screenshot. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Weil die hier ja eh schon gesehen haben. Hm. Was ist denn der Tunnel überhaupt? Autsch. Autsch. Plong. Mal gucken. Es macht mir nur wieder weh. Plong. Autsch. 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 Ups. Naja. Ach, geht dafür gar nicht. Das ist nur, weil es staucht, ne? Leerung. Ach, da ist der Tunnel. Hier ist der Tunnel. Ich glaube, da fällt man runter, wenn man hier aufpasst. Hm. Das ist der Tunnel. Ja, ja. Ne, da kann man gar nichts machen. Wir können halt nicht mehr sprinten. Wir müssen ein bisschen verletzt haben. Nein. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Wahrscheinlich liegt hier eh nichts um. Was ist das für ein Geräusch? Hm. Ist hier noch irgendwas? Nö. Na, warum man da hin noch nicht hin kann, eigentlich? Ach, das regnet draußen. Deswegen das Geräusch. Deswegen kannst du an den Autos auch noch nichts machen. Jetzt sind wir hinten. Jetzt sind wir hinten an der Stelle. Ja. Ich kann halt echt nicht sprinten. Und wir haben auch keine Medizin dabei. Band können wir eh nicht nutzen. Warum auch immer. Hm. Ja. So. Gut. Gut, gut, gut. Wird mal aufpassen sein, ne? Ach ja. Sorry. Mal kurz russpunnen. Und das ist halt das wieder. Dieses Gewitter, ey. Das ist halt über der ganzen Map. Über der ganzen Map. Wir können ja zum Schluss irgendwann nochmal runterspringen, oder? In der irgendeinen Abgrund. Junge, Junge. Was für ein Wetter. Machen wir mal drei Stunden. Sollen wir auch gleich wieder geheilt sein, eigentlich. Ja. Jupp. Okay. Können wir rennen. Oh, ist doch nicht zu lange. Wir machen uns mal hier auf den Weg, irgendwie gucken. Wir sind irgendwo hier hinten jetzt. Schauen wir mal, was da noch als nächstes kommt alles. Oh, wir haben jetzt soweit alles, also. Wir können jetzt noch Farmen gehen. Wir können die Räuber nochmal mehr was auseinandernehmen. Munition sammeln. Aber. Ich weiß nicht. Ich nehme hier aber keine Lust dazu. Nimm das meiste ja alles. Was man so jetzt soweit machen kann. Ich will mal gucken, wo man hier hinkommt. Aber so zum Abschluss. Weil dann mache ich nämlich Feierabend. Und joa. Wie gesagt, soweit haben wir ja alles. Weil das mit dieser Sequenz war immer noch. Okay. Hm. Wo kommen wir denn hier hin? Das ist mein Ausdauer eigentlich. Joa, joa. Ich würde auch nicht wundern, wenn die noch recht groß werden wird, die Map. Wenn er mal endlich mal. Punkt hat, wo er sich entschieden hat, dass das so bleibt. Aber ja. Momentan macht er ja irgendwie noch, wie gesagt, Multiplayer. Ist gerade dabei. Gibt jetzt ja noch so ein paar Videos, wo du das sehen kannst. Und sonst. Joa. Okay. Wie weit generiert das hier denn? Plätze sehen hier auch so aus, dass die wirklich schon mal so gemacht sind, dass man hier dann kommt. Die können wir nicht hin? Doch. Man kann ja ausdauern mehr. Okay. Die Berge. Ach ja, aber wenn man keine Ausdauer mehr hat. Was spielt das denn aus? Die 17 Uhr. Ich würde auch nicht wundern, wenn hier dann Zomis spawnen. Das würde mich nicht wundern. Guck mal, da vorne runter. So aus. Dass es so langsam näher kommt, dass man da irgendwo runterspringen kann. Zum Ende hin. Warum auch nicht? Yep. Hier ist die Grenze. Okay, dann würde ich sagen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mr. Weivel bei einer neuen Staffel. Das war's dann damit. Und ja, dann sehen wir uns dann entweder da wieder. Okay, was ist das? Ja. Na gut. Wie gesagt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mr. Weivel, wenn was Neues gibt. Ein Update oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und ja, sonst sehen wir uns beim Analyze. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.